Jenke von Wilmsdorf mit einer Geschichte, die sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Persönlich betroffen durch seine Schwägerin will er Mut machen. Leben mit Brustkrebs. Eine bewegende Reportage. Wie kann man als 13-jähriges Mädchen seine Mama trösten? Ein nachdenklicher Jenke. Er zeigt Chancen auf. Er möchte Ängste nehmen. Du siehst gut aus. Dankeschön. Und Zuversicht geben. Positive Gedanken können auch wunderbar wirken. Jenke macht Mut. Leben mit Brustkrebs. Am 7. Mai.